Heute wird es ein bisschen gruselig, denn ich werde dir zeigen, dass ich hell sehen kann. Dazu suchst du jetzt am besten schon mal dein Anschreiben raus und ich spiele solange die Titelmusik, okay? Na, liegt dein Anschreiben parat? Noch nicht? Okay, die Musik war auch wirklich kurz, aber kein Problem. Denn vermutlich hast du sowieso so ungefähr im Kopf, was in deinem Anschreiben steht. Nicht Wort für Wort, aber sinngemäß. Und ob du das jetzt glaubst oder nicht, obwohl ich nicht mal in deiner Nähe bin, werde ich dir jetzt dein Anschreiben vorlesen. Bist du bereit? Dann geht's los. Ganz oben steht, ähm, da steht dein Name und deine Adresse. Na, beeindruckt? Nicht? Na, dann lege ich nochmal nach. Ähm, danach kommt der Name der Firma, bei der du dich bewirbst, dicht gefolgt von Ort, Datum und Betreffzeile. Oh, Moment, warte, da kommt gerade noch was. Ja, ich kann es sehen. Ähm, in der Betreffzeile steht sowas wie Bewerbung als. Und danach wird's so ein bisschen unscharf. Also, der Job, auf den du dich bewirbst. So, und dann steht in der nächsten Zeile, sehr geehrter Herr oder Frau oder so. Komisch. Irgendwie hab ich das Gefühl, dass du nicht so richtig beeindruckt bist. Kann ich auch nachvollziehen. Denn bisher hab ich ja nur das gesagt, was sowieso in jedem Geschäftsbrief drinsteht. Und nur mal so nebenbei. Wenn davon irgendwas nicht stimmte, dann solltest du dein Anschreiben dringend überprüfen. Aber kommen wir jetzt zu dem wirklich gruseligen Part. Wenn wir mit dem Rest genauso weitermachen. Und den kann ich doch nicht kennen, oder? Also, sehr geehrter So-und-so. Hiermit bewerbe ich mich auf die ausgeschriebene Stelle als das und das. Okay, vielleicht steht das nicht genauso da. Vielleicht steht da auch, mit großem Interesse habe ich ihre Stellenanzeige gelesen, in der sie einen So-und-so suchen. Da diese ausgeschriebene Position sehr gut zu meiner Erfahrung und meinen beruflichen Zielen passt, möchte ich mich hiermit auf diese Stelle bewerben. Na, liege ich richtig? Du wärst überrascht, wenn du sehen könntest, wie viele Bewerbungen tatsächlich immer noch so anfangen. Mit großem Interesse habe ich. Oder mein absoluter Favorit, hiermit bewerbe ich mich. Das muss man sich jetzt echt mal ganz genau vorstellen. Was da jeden Tag passiert, wenn jemand so eine Bewerbung liest. Also, stell dir mal ganz kurz vor, du bist jetzt keine Bewerberin, sondern du bist jemand, der in der Firma dafür zuständig ist, die richtigen Kandidaten aus der großen Masse an Bewerbung rauszufischen. Du hast also vor ein paar Tagen eine Stellenausschreibung ins Internet gestellt und da steht zum Beispiel drin, dass du eine Teamleiterin im Marketing suchst. Dann kommt eine Mail bei dir an und da steht in der Betreffzeile Bewerbung als Teamleiterin Marketing. Okay, denkst du, prima, das geht genau um die Stelle, die ich ausgeschrieben habe, das gucke ich mir gern an. Du machst also die Mail auf und fängst an zu lesen. Sehr geehrte Frau so und so, anbei finden Sie meine Unterlagen für die Bewerbung als Teamleiterin im Marketing. Ha, denkst du dir, ich alter Fuchs, habe ich recht gehabt. In der Mail mit dem Betreff Bewerbung steht auch im Text nochmal, dass sich jemand bei mir bewirbt. Ich glaube, ich lag richtig. Und noch ein Hinweis. Da sind nämlich auch Anhänge dabei. Und der heißt zum Beispiel Bewerbung. Das öffnest du natürlich gleich und siehst ein Anschreiben. Und da steht ganz groß in der Betreffzeile, sodass das Auge gleich dran hängen bleiben muss, Bewerbung als Teamleiterin Marketing. Das war jetzt schon der vierte Hinweis, dass es sich um eine Bewerbung handelt. Jetzt willst du natürlich auch mehr über die Kandidatin wissen und freust dich auf das Anschreiben. Was wirst du alles Neues und Spannendes über diesen Menschen erfahren? Du liest also weiter. Sehr geehrte Frau Schwuppdiwupp, hiermit bewerbe ich mich als Teamleiterin im Marketing. Das muss man sich echt mal vorstellen, wie sich das als Personaler anfühlt. Wenn ich bei diesem Satz angekommen bin, dann hast du mir vorher schon viermal gesagt, dass du dich bewirbst. Und das erste, was du mir dann in deinem Brief schreibst, ist, dass du mir gerade eine Bewerbung schickst. Das meint natürlich kein Bewerber böse. Viele schreiben das nur, weil sie glauben, dass man das schreiben muss. Aber als Personaler ist das echt zum Verzweifeln. Die lesen das jeden Tag zigfach und würden so gerne tatsächlich mal was Interessantes an der Stelle finden. Irgendwas, was ihnen weiterhilft. Stattdessen werden Personaler von Bewerbern oft unabsichtlich so behandelt, als wären sie doof. Das kommt dann auch gerne mal in solchen Sätzen wie, weitere Informationen entnehmen sie bitte den beigefügten Lebenslauf. Ach was. Gehst du auch zum Bäcker und sagst, ich hätte gerne drei Brötchen, das sind diese runden braunen Dinger im Korb hinter ihnen. Und zum Verpacken können sie gerne eines der Papiertütchen nehmen, das im Regal darunter liegt. Jetzt habe ich mich so ein bisschen an dem Thema festgeredet. Dabei wollte ich dir doch eigentlich zeigen, dass ich den Rest vom Anschreiben auch kenne. Machen wir also schnell mit dem zweiten Absatz weiter. Da hoffen wir natürlich, dass da jetzt was Hilfreiches drinsteht, denn am Ende soll ich ja entscheiden, ob das eine gute Kandidatin ist oder nicht. Ich gucke also tief in meine Kristallkugel und lese weiter in deinem Anschreiben. Der zweite Absatz. Ich bin gelernte Bürokauffrau und habe die letzten fünf Jahre in einem mittelständischen Unternehmen in der Industrie gearbeitet. Dabei gehörte das operative Tagesgeschäft, Rechnungsstellung und auch die vorbereitende Buchhaltung zu meinen Aufgaben. Außerdem habe ich mich um die Einarbeitung neuer Mitarbeiter gekümmert. Gut, die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt exakt so in deinem Anschreiben steht, ist minimal. Aber die Richtung, die wird stimmen. Im zweiten Absatz steht nämlich oft eine kurze Zusammenfassung vom Lebenslauf. Also, was bin ich von Beruf? Wo arbeite ich gerade? Was mache ich da so? Und was bringe ich an Qualifikationen mit? Das ist ja auch nicht verkehrt. Aber das steht halt auch schon genau so im Lebenslauf. Wobei streng genommen nein, im Lebenslauf steht es sogar besser. Der ist nämlich eher so im Telegram-Stil gehalten, sodass ich das ganz schnell lesen und erfassen kann. Und das ist immer gut, wenn es um Zahlen, Daten und Fakten geht. Also, wann war ich, wo lange, was habe ich da gemacht? Das kann man halt einfacher verstehen, wenn es nicht wie in einem Roman völlig ausformuliert ist, sondern wenn man die Daten einfach auflistet. 2016 bis 2019, Fachfrau für Marketing, Rocket Runner GmbH, Hamburg. Operatives Tagesgeschäft, Rechnungsstellung, vorbereitende Buchhaltung, Einarbeitung neuer Mitarbeiter. Fertig. Das heißt, der erste Absatz, der war ja schon vergeblich. Da stand ja nur drin, dass du dich bewirbst. Der zweite, das war eine schlechte Kopie vom Lebenslauf. Und dann gucken wir jetzt mal in den dritten Absatz. Ich konzentriere mich jetzt wieder. Und wenn du möchtest, kannst du gerne deine Hand ganz flach aufs Handy-Display legen. Das hilft mir zwar überhaupt nicht, aber es sieht für die Leute um dich rum sicher gut aus. Ah ja, jetzt kann ich sehen. Ich bin kommunikativ, kundenorientiert und zeichne mich durch eine Hands-on-Mentalität aus. Darüber hinaus bin ich teamfähig, flexibel und innovativ. Meine Kollegen schätzen an mir vor allem meine Zuverlässigkeit und meine Kompromissbereitschaft. Sehr gute Englischkenntnisse runden mein Profil ab. Der dritte Absatz, das ist häufig der schlimmste von allen. Denn das ist so eine Art Sammelbecken für Adjektive. Also in diesem Fall eben waren das zum Beispiel neun Adjektive. Und ich bin mir sicher, dass du die schon jetzt vergessen hast. Innerhalb von Sekunden. Warum? Weil das alles völlig abstrakte Begriffe sind, die wir uns einfach nicht merken können. Die fliegen super leicht ins Ohr rein und purzeln aber auch ungebremst aus dem anderen Ohr wieder raus. Das liest sich dann immer erstmal total beeindruckend, ist aber nach ein, zwei Sekunden wirkungslos verpufft. Und trotzdem besteht fast jeder dritte Absatz aus dieser endlosen Auflistung von Adjektiven. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre. Welche Adjektive stehen da drin? Meistens zufällig genau die, die die Firma selber in ihrer Stellenanzeige benutzt hat. Wenn da also drin steht, wir suchen einen kommunikativen, flexiblen und teamfähigen Mitarbeiter, dann steht in 99,9% der Anschreiben eine Mischung aus diesen drei Begriffen. Und es gibt immerhin sechs verschiedene Arten, diese drei Begriffe zu sortieren. Da hat der Personal wenigstens ein bisschen Abwechslung, aber ansonsten wird er schlicht für doof verkauft. Man schickt ihm dieselben Worte, die er selber benutzt hat. Und jetzt ist das Anschreiben auch schon fast vorbei. Wir haben nur noch einen Absatz, den vierten. Also, Konzentration, Hand aufs Handy. Mein Einstieg bei Ihnen ist mit einer Kündigungsfrist von sechs Wochen zum Quartalsende möglich. Meine Gehaltsvorstellung beträgt 42.000 Euro im Jahr. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mich zu einem persönlichen Gespräch einladen, mit freundlichen Grüßen. Diesen Abschluss nenne ich immer den Pflichtteil. Denn kurz bevor das Blatt voll ist, fällt einem auf, dass die Firma ja noch ein paar Infos ganz ausdrücklich gefordert hatte. Nämlich, wann können Sie hier anfangen und was wollen Sie verdienen? Und dann haben wir ja auch noch alle in den Ratgebern gelesen, dass man am Ende unbedingt um eine Einladung bitten muss. Also bringen wir das alles schnell noch im letzten Absatz unter. Und das war's auch schon. Und denk dran, du bist keine Bewerberin, du bist Personalerin. Und du sollst jetzt entscheiden, hopp oder top, einladen oder uninteressant. Und den Lebenslauf lassen wir jetzt mal außen vor. Wir gehen einfach mal davon aus, dass alle guten Kandidaten sowieso alles Fachliche mitbringen. Würdest du diese Kandidatin jetzt also einladen oder nicht? Und ich fasse nochmal kurz zusammen, was wir alles im Anschreiben gefunden haben. Absender, Adresse, um welchen Job geht's. Ich hab ihre Stellenanzeige gesehen und ich bewerbe mich. Ich bin das und das von Beruf und hab bisher das und das gemacht. Ich bin so, 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 so und außerdem auch noch so. Und was bei so stand, das hast du jetzt eh schon wieder vergessen. Ich könnte dann und dann anfangen und möchte so und so viel verdienen. Bitte laden Sie mich ein. Und kein Witz, so lesen sich wirklich fast alle Anschreiben. Ist das nicht Wahnsinn? Da sitzen so viele Bewerber zu Hause und zermatern sich den Kopf, weil sie alles richtig machen wollen und am Ende schreiben fast alle exakt dasselbe. Wie sehr hast du dich in dem Anschreiben wiedererkannt? Der Tipp der Woche Trau dich, anders zu schreiben. Wenn du das schreibst, was man eben so schreibt, weil man das so macht, dann liest sich deine Bewerbung am Ende eben auch so, als hätte man sich beworben. Es klingt völlig austauschbar. Ich meine, es ist nicht schlimm, wenn du sowas schreibst. Es hilft dir nur nicht. Denn damit gehst du in der großen, grauen Masse an Bewerbern einfach unter. Aber sobald du dich traust, von dem üblichen Einheitsbrei abzuweichen, dann landest du automatisch in den oberen 5-10% aller Bewerbung. Und wäre das nicht schön? Und falls du jetzt Inspiration brauchst, wie du das besser machen könntest, dann findest du allein schon auf meiner Homepage jede Menge davon. Die Adresse sagt dir die freundliche Stimme im Abspann. Und natürlich wird es auch hier im Podcast immer wieder mal um das Anschreiben gehen. Aber wenn dich diese Ausgabe wenigstens dazu gebracht hat, über das Thema anders nachzudenken, sich zum Beispiel mal in die Sicht des Personalers zu versetzen, dann haben wir schon viel erreicht. Denn dann bist du auf dem besten Weg, es besser zu machen. Und ich werde dich dabei unterstützen. Bis bald! Das war Einfachbewerben mit Volker Klärchen. Für Fragen oder Feedback besuchen Sie www.volkerklärchen.de Bis zum nächsten Mal! Das war Einfachbewerben mit Volker Klärchen.